Hallo und herzlich Willkommen bei Modern Warfare 3, hallo Maribu, du bist wieder zurück. Hallo, ja. Ein kurzes Intermezzo mit mir. Aber das war gar nicht so schlecht, diese paar Folgen, die ich da allein aufgenommen habe. Das geht ganz gut, so alleine zu laben. Da kann man viel erzählen. Und wir spielen jetzt trotzdem wieder zusammen. Dieses Spiel. Leider hat Maribu keinen DLC, deswegen müssen wir uns auf diesen unglaublich toll desigenden Original-Maps aufhalten. Wir spielen wahrscheinlich Team-Deathmatch, so sieht es jetzt aus. Es tut mir sehr leid. Ja, und... Ich muss noch Level 7, also ziemlich weit unten. Während ich schon so einigen Shit habe. Und... Übrigens, wenn man Level 80 ist, wird man das immer bleiben. Prestige musst du manuell dann erst freischalten. Und das aktivieren. Und dann, wenn du das machst, musst du dir alle Waffen wieder neu erspielen. Krass. Ja, und dann ist das so. Und ich werde wahrscheinlich gleich für Dark Knight gucken. Schon wieder, ja. Ja, also gestern Batman's Begins geguckt. Und ich gucke den Film aber heute nur, wenn ich nicht schon wieder furzen muss. Das hat mich gestern hier so genervt, diese komischen Pläungen. Danke für diese Informationen, lieber Alex. Das lenkt übelst ab beim Filmerlebnis. Da waren so ein Rumoren im Arsch. Ich frage mich echt, wie die das machen beim The Dark Knight Rises im Kino dann. Weil es da wieder IMAX-Sequenzen gibt, wo dann das Bildformat auf Vollauflösung ist. Und wie machst du das bitte im Kino? Weil das geht ja nicht. Du kannst die Leinwand ja nicht auf einmal in die Höhe schmeißen. Ich denke, sie werden's croppen. Oder, bevor ich ganz doll Angst habe, sie zeigen den ganzen Film in die Mitte gestaucht. Das war nicht vor allem. Ja, das wäre extrem scheiße. Weil, wenn sie's in die Mitte stauchen und dann die normalen Breitbildsequenzen zeigen, dann ist ja gar nichts möglich. Oh Gott, die Map finde ich so fürchterlich. Die spielt in Hamburg. Das ist Arcaden. Also, mh, widerlich. Kann ich überhaupt nicht gut spielen. Und unten ist ein Juggernaut. Heißt, ein Supersault schon mit Mega-Rüstung, falls du ihn noch nicht kennst. Der unsterblich ist. Juggernaut, weißt du, was mich das erinnert? An unsere, scheiße, wie hieß das nochmal? Tiberium Wars. CMC3? Ja. Ja, da haben wir, ich weiß gar nicht, wie wir da so abgeschnitten haben, in diesem Vergleich. Ähm, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war mega geil. Ich hab das glaube ich sogar noch da. Ich hab das auch noch, im Seton hab ich sogar im Original gekauft. Und, das heißt hier sogar. Heißt das, du kaufst manche Spiele nicht? Ach du Scheiße, jetzt werden wir alle verhaften. Das hier auf jeden Fall spielen wir beide legal, denn es geht gar nicht anders an, dann zu spielen. Nee, MB3. Oh, oh, schnell weg da, schnell weg da, Sniper, 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 Sniper. Oh, ey, voll hell. Also die Map ist so schwul. Wer hat den Scheiß, ich... Oh, genau, ich lauf mal an zwei Gegnern wobei. Wenn du Unterstützer als Killstreak willst, nicht Sturm, dann darfst du sterben und trotzdem werden die Kills weitergezählt. Und der sind aber richtig geil dabei, wie ein Stealthbomber, das ist ein Megabomb, das hab ich. Nein! Fiss dich, du Arsch. Aber ich find, die beste Killstreak ist eigentlich Spezialist. Da, das ist dann einfach, dass du noch mehr Perks kriegst als Abschlussbelungen dazu, also du hast am Ende alle Perks quasi. Ja, ich hab Plus, Schwurm und Unterstützung. Also mein Rekord ist bisher acht. Und dann braucht ihr schon 14 für sowas wie Juggernaut oder so. Boah. Fünf, sieben, ey, das spielen ja gar nicht so schlecht. Nach zwei welcher Abstinence. Treff ich sogar nicht. Scheiße, ich muss jetzt... Ich hab ja grad mit Battlefield begonnen, mal ganz kurz wieder zu spielen. Ich hatte lange Zeit, dass ich keine Lust gehabt habe, das Zocken allgemein. Hä? Nein! Jetzt hab ich Deathstreak. Ach man, es ist einfach auch echt die Map. Ich find die so scheiße. Arkaden. Die so Nubi. Scheiß Spacko. Das ist typisch immer noch auf dem Boden, ey. Ach man, da kann man hier irgendwas geiles spielen, ey. Wie diese Scheiße hier. Jetzt hab ich ihn gefickt. Nein. Ach du sch... Also bis zu Level 28 wird es nicht lange down. Das geht schnell. Dann hast du DPP-90 die eigentlich beste Schnellfreierwaffe in dem Spiel. Er hat eine Maschinenpistole, um es genau zu sagen. Ich muss sagen, das ist eigentlich die beste Map von Modern Warfare, die ich besitze. Äh, ne, das hat mir gefällt die gar nicht. Es gibt natürlich noch wesentlich Beschissene, die Center, aber ich komm mir irgendwie nie so klar. Boah, die UMP ist ja echt schwach, ey. Hast du dich eigentlich mal mit Hardcore-Soron hier zu tun? Hardcore ab und zu. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Ich renne ans Velo hin vorbei und jetzt habe ich einen Deathstrain-Bonus. Den habe ich schon lange. Das wird kein schönes Video. Man sieht mich hier nur am Verwecken. Ich habe übrigens Game of Thrones jetzt schon fertig geguckt. Sogar schon die englischen Folgen. Ich bin bei Staffel 2 alle deutschen Folgen durchgeguckt. Ja, die neuesten, die deutsche, die 8er haben, sind schon letztens geguckt. Aber ist echt mega geil. Ich will wissen, wie es weitergeht. Aber wann kommt denn Staffel 3, weißt du das? Ja, im September. Oh Gott, wie soll ich das so lange ausmachen? Aber dann kommt eigentlich mal... Wieder eine Serie, die ich dir empfohlen habe. Die du dann auch gut fandest. Oh Mann, ist diese Serie geil. Ich meine... Oh, ich blute gerade. Ähm... Warum? Ähm, ne, ähm... Es ist einfach mal so unkonventionell. Und vor allem, ich war extrem schockiert, als da... Ich darf das ja nicht spoilern, oder? Als der M-M-M starb. Achso, ja, das hat mich auch gehundert. Als der M-M-M starb. Das habe ich echt nie erwartet. Okay, es muss... Es stand halt so in den Büchern, aber... Das war ja die absolute Hauptfigur, und dann... Ja. Na gut, das habe ich schon noch nie gesagt. Denn noch ist es nicht klar. Aber es war schon echt heftig. Und auch... Wie blutig die Serie ist und alles. Das ist schon echt Hammer. Aber was ich komisch finde, es ist eine RTL2-Serie. Wie können die sich so etwas leisten? Ähm, naja, eigentlich ist es ja each way all. Und ich weiß ja nie, als RTL2-Serie ist das dann irgendwie... Rechte anscheinend schnell gesichert, bevor das erfolgreich wurde. Ja. Und... Ich finde diese Musik so episch, ey. Ja, der Anfang schon. Dieses Intro ist so geil. Es ist immer... Es ist wunderschön. Es ist immer so ein Genuss. Also ich habe das ja echt gefressen. Also teilweise drei, drei oder vier Folgen am Stück geguckt. Joach, also... Jeeeeeeeeeeeee... Also ja. Und dieser Joffrey, den habe ich gestern in Batman Begins gesehen. Achso. Da noch ganz klein, so mit... mit neun oder zehn. Der rettet der Batman so einen Jungen dann. Und das ist der Joffrey. Ich habe gestern den... den dicken Ratgeber, diesen Eunuch, da gesehen. In... Der, der keinen Schwanz hat. Ja, genau. Lachs füchen im Jemen. Und ich habe schon Bienen in Herr der Ringe gesehen. Den habe ich auch in Black Death gesehen. Und in Troja. Und der stirbt angeblich in jedem Film. Aber ich glaube nicht, dass der dann Troja gestorben ist. Yeah. Bleib mal gut losgelegt hier. Achso, Abschluss bestätigt. Also schön die Dogpacks einsammeln. Scheiße. Ich spiele jetzt Sprinter. Habe ich das vorhin auch gemacht, ich glaube, ja. Was war denn das jetzt für ein Lag? Vor allem der... Der lagst du heute auch? Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen, lol. Was war das denn für eine Scheiße, ey? Das ist... Du weißt, wenn das lag liegt, dass... Der... Der Host eines Servers ist immer ein... Der einer, der zufällig ausgewählt wird, zu anden wird mit ihm. Okay. Und das ist so sinnlos, wenn das jemand ist, der eine Scheiß-Internet-Verbindung hat. Und ich glaube, das ist gerade auch der Fall. Das ist nicht so super flüssig. Das ist echt schlimm. Oh, oh, da ist beschossen. Scheiße, wie dumm bin ich denn da? Boah, ich könnte jetzt eigentlich noch mit ACR spielen. Bloß, weil ich Kills klauen wollte. So, mache ich auch. ACR. Also, sobald ihr irgendwann maßt, spiel mit der. Jetzt krieg ich Death-Streak gleich. Na, jetzt mach ich. Ah, ne, das ist eine Betty. Scheiße, jetzt krieg ich Death-Streak. Ne, immer noch nicht. Wenn so eine Betty hochgeht, muss sie sich ducken, übrigens. Was ist eine Betty? Das sind diese Minen, die... Ach so, die sind Luft. Ja. Scheiße. Och, Mann, ey, bei mir geht ja gar nichts. 5-3-5. Wow, ich bin stolz auf mich. Geht doch. Fick dich. Also, ohne schnellen Waffenwechsel überlebst du hier eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, welcher Block das nochmal ist, der schnell zielen, glaube ich. Na, schnell zielen, ja. Boah, echt 5 Granaten, die neben mir detoniert sind. Das ist irgendwie schlecht übersetzt, weil... Es steht entweder da schnell ziehen oder schnell zielen. Es gibt aber für beide Sachen, warum... Nee, ich glaube, dass ich das eigentlich... Ach, ich halte dran, weil ich schlafe. Hey, Leute, ich bin gerade gestorben, bin durch meine eigenen Doctag durchgefallen und habe einen Abschuss verwehrt. Abschuss bestätigt. Ja. Das ist schon lustig. Was, 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 was? Was, was in his punch. Oh, Mann, können... Das nervt mich, wenn man bei den Teammates manchmal die Namen nicht drüber stellt. Ja, genau, ey. Die Drohne erwischt natürlich mich. Was sonst? Was soll... Was soll denn das jetzt gewesen sein? Das ist echt behindert, ey. So, ich habe dich gerecht. Ding. Und auch deine Doctag-Gang-Song hat. Nice. Abschuss verwehrt. Oh, oh. Uh. Skorpion akimbo. Oh, Mann, ey. Diese Reaktionszeit immer von der Spielfigur. Und du sprintest und dann... Was weiß ich, ey. Oh, ey, jetzt will ich... Weil ein Teammate auf mich drauf schießt, springe ich um die Ecke drumherum. Und da war natürlich ein Gegner, ey. Spacken, ey. Kann da nicht mal auf deinen Scheiß-Radar gucken. Mach ich zwar auch nicht, aber ist egal. Ich guck da mal öfter an Software. Ja, leck mich, du homo-hobes Kind, ey. Ach, Mann, ey. Das ist so... Ich will's, wenn ich dann nicht aufnehme, geh ich nicht ab. Das habe ich. 5, 14, weil das ist ja eine Katastrophe. Eine KD von fast 0,7 jetzt, oder? Ja, genau, ey. Ich schieße den 50 Kugeln. Oh, ich freue mich, wenn die Partie gleich vorbei ist. 9, 5, 17, ey. Ich hab's ja gut angefangen. What the fuck war das denn? Schon wieder so eine Drohne, ey. Wieso kommen die immer angerannt, wenn ich die gerade flashen will? Warum kommen die allgemein immer angerannt? Ja, als ein Shooter ist. Ich soll einfach mal mit dem Rücken zu mir stellen. Ja, das waren zwei Scheiß-Partien. Ja, und... Wie auch dem sei. Wie das hier das worden worden ist. Ja, danke für mich, dass du siehst. Ciao. Ciao.